Hallo Leute! Ich stelle euch den Singleplayer-Kommandos vor. Ja, Link ist in der Beschreibung. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr den installieren sollt, Link ist in der Beschreibung, wo ich euch das zeige. Jetzt mal weiter weg. Auf diese Items weg. Weil die nervt. Die verbrauche ich mal. Dann kann man hier, mit T, eine Shed-Liste öffnen. Dann kann man so Damage eingeben. Dann muss der Damage aus... Jetzt hier irgendwo runter springen. Dann krieg ich keinen Schauen. Wie man sieht. Kann man damit auch... Spawn. Spawn. So kann man also... Spawn. Creeper. 10. Maybe. Hm. Spawn. Spawn. 20. Ah. Und hier sieht man auch schon den Spinn. Ich glaub, Creeper funktioniert das auch. Und wenn ich dich angreife, nehme ich keinen Schauen. Weil ich Damage ausgeschaltet hab. Ver-pisst euch! Ihr seid Spinn! Gif-2-7-8. Ja! 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 Ich hab nen Spinnfall! Ja! 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 Okay, ist halt jetzt weg. Ja! Jetzt hab ich hier 64 Diamant-Spit-Zappen. Spinn-Nerven. Jetzt mal woanders hin. Ja! Jetzt mach ich mal. Vielleicht funktioniert's ja doch noch. Spawn. Wie. Per. 10. Ja! Geht nur abends. Nur bestimmt wie Skelette. Zombies. So. Ah, die gehen. Verbrennen die Schweine. Stirb, stirb. Ah, ich hab auch sonst nichts besser was zu tun. Ja, damit kann man sehr viel lustige Sachen haben. Du sterben. Ah, schon. Bisschen gut. Gif. Gif. 7... Ah, da war's. Gif. 2. 8. 0. Nein! Wo ist dieses Schwert? Gif. 2. 8. Und dann hat's. Null. Gif. Wieso brauch ich so nen Scheiß? es 6 spiel Muckst du! Komm her! Komm her! Wohne Hohen! Geben auf den Sack! Wenn ihr auf die Seite geht, da stehen noch alle Kommandos und eine Itemlist. Da könnt ihr noch Items suchen. Zum Beispiel wenn ich jetzt Wasser brauche. Muss ich Wasser kriegen. Oh ne! Weiß nicht was das ist. Ah! Gold! Einfach mal was auszuprobieren. Zum Beispiel G1 und 0. Gips nicht. Gips nicht. Gips nicht. Gips nicht. Gips. 0. Mist. Gips 1. Schon. Stone. Ich würde sagen wir brauchen jetzt mal ein Thürmchen. Na 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 na. Dann habe ich was ganz lustiges vor. Wenn ich nicht glaube mein Spiel quescht. Wir haben jetzt schon mal ein Blumen. Und da hat er unten die Glifers ab. Wie bei den Wolken... Das ist jetzt wie bei Assassin's Creed, ich würde mir jetzt hier so einen Steg Das hatte ich irgendwie nicht vor, aber mach ich auch gleich Spawn Slime 120 Oh, 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 oh. Oh, wie viele Schreiben wir mal Tee Dabei sein, einmal frei sein wenn jetzt was Kursen vorhaut 10.00 mit Kursen vorhaut benutzen also ich finde ihn recht cool langweilig ist und schon wieder Fähig dich das hier irgendwie größer war sieht das aus wie ein Penis Penis sieht man noch aus wie ein Penis oh Gott Spawn Slime Oh Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Alter Spawn Jetzt komms Wie viel soll ich eingeben 1,2,3 2,4 Oh mein Spielkontakt Oh Gott Frame Weighted Juice Ich glaub wie immer beendet Alter Alter Lecker Ich glaub wie immer beendet das Video und ich sag